hallöchen meine lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren folge seven days to die yes ja und ich muss mal eben kurz ein bisschen was gucken ich habe ja noch ein bisschen wo dabei wir brauchen noch mehr wo ich will nämlich mal noch mal die anderen spikes bauen der kotten kann hier rein die pilze können wir eben hier rein der fans dann kann ich mal eben mitnehmen da brauche ich denn noch ich wollte ja jetzt eigentlich noch mal eben raus ist zwar jetzt hundetag und ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher ob ich das mal machen soll aber ich mach mal gerade eben spikes da brauche ich nur 20 für ich habe 12.000 da kommen sie schon an die schweine hallo glaube ich noch nach der unten sitzen da kam schon direkt mal wieder hier eine kleine prima meine freunde prima da kommt ja noch was kommst du gar nicht mehr raus hier aus der hütte mit den bombern jetzt rennt er da auch nach oben drauf rum sehr bescheuert sag mal wie viele seid ihr denn bitteschön kommen da jetzt noch mehr oder was ich hoffe nicht doch tatsache das gibt es doch nicht da kannst du ja gar nicht mehr rausgehen jetzt mach mir hier nicht meinen ganzen scheiß kaputt boah das eher wunder magisch stinkt oder wie viele kommen denn da jetzt noch da hinten kommen noch eine an ich glaubt es nicht sag mal ja ich brauche jetzt heute gar nicht mehr runter gehen so wie das aussieht jetzt bleib doch mal stehen okay dann warte ich mal kurz wie viele punkte habe ich jetzt noch zu vergeben okay bedeutet ich kann jetzt hier stil smithing brauche ich kannst tools mit dem brauche ich noch hoch brauche ich auf 50 ne oder wie war das so und dann kann ich jetzt hier den einmal hoch bauen bam jetzt kann ich endlich die mechanical parts machen so darf ich jetzt mal hier vielleicht runter ich muss mal hören okay von da kommt nix nein oh man jetzt tut die sich auch noch weh hier boah wie viele hunde waren das denn jetzt acht ja ich glaube schon aber kriege ich natürlich auch schön leder von ne von die jungens scheiße der hängt da so doof drin komm oh man frau muss ich mal eben hier rüber bauen aber ich muss mal eben gucken ähm nimm mal eben ne bandage dann nimmst du ja noch eben painkiller trinkst mal kurz wat und dann kannst du weitermachen dann halt oh nö ne ach jetzt trifft er ihn köteralarm unglaublich ich möchte gerne ein ganzer leder haben ich muss nur echt aufpassen hat nicht schon wieder welche kommen ich glaube das war ein hirsch den ich da gehört hab okay gehen wir mal hier kurz weg was ist mit dir Junge bist du noch am leben oder was was tust du da oh jetzt ist er weggeglitscht hier liegt auch noch einer sorry Mädel aber ich muss jetzt gerade mal eben so zum Glück 17 leder bekommen okay was wollte ich jetzt machen ich wollte jetzt hootspikes machen da wollte ich jetzt mal machen 100 10.000 gehen da weg alter da brauche ich echt noch mehr holz wird kein weg dran vorbei wir brauchen mehr holz ich hoffe Hunde bleiben weg aber bevor ich das holz hole warte mal kurz warte 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 eben kurz die mechanical parts machen was brauche ich für die jetzt mechanical parts forged steel und duct tape das habe ich ja noch oben alles ne moment mal kurz forged ne nicht ins loch fallen forged steel und duct tape mechanical parts mache ich mal eben alle duct tape wie mache ich das nochmal duct tape glue und cloth fragment okay und glue mache ich dann im feuer mit large bone und bottled water large bone und bottled water im feuer mache ich erst mal kurz 20 jo gut sollte hinhauen das sollten wir hinkriegen die leeren gläser können da rein ich brauche einen neuen golden roti ne sehe ich mal gerade aha pilze habe ich reingebracht roten flash animal fat dann kann das animal halt hier rein 100 mechanical parts wir haben noch 82 federn sehr gut large bones können wir vielleicht noch ein paar mehr durchbraten ne halt aber nicht wenn ich das essen wegge ach nicht wenn ich das essen wenn ich das bottled water weggehauen habe machen wir nochmal eben 15 super perfekt dann können wir nämlich gleich mechanical parts nochmal machen 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 wir nochmal welche die brauchen ja nur eine minute wo habe ich denn die seeds ja die kann ich nachher auch nochmal anpflanzen und ich brauche nochmal ein paar bandages davon habe ich noch genug dann können wir nämlich gleich den zementmischer machen forged iron spring small engine forged iron brauche ich dann noch warte mal 25 vier spring und eine small engine da kann ich ja dann wahrscheinlich die kleinste für nehmen forged iron dann habe ich nichts mehr da hinten ist der den muss ich mir gleich markieren bevor der nachher wieder weg ist so forged iron haben wir hier perfekt wir können noch ein paar stone rein hier haben wir 26.000 okay hier haben wir auch noch das zeug dann machen wir eben mal eben kurz den car radiator weg den machen wir dann auch gleich wieder aus weil sonst steht cement dann nämlich gleich wieder vor der tür ich kenne die gute ja die will hier ja immer ganz gerne mitmischen wenn ihr den radiator da mal weg macht komm mach den mal weg da dann brauche ich noch holz für die anderen für die anderen dinge ah jetzt hat das okay können wir den erstmal nochmal einschmelzen lassen oha es regnet die muss ich dann auch noch reparieren so den zementmischer zementmixer craft bitte einmal dann kann hier dass das war zement haben wir ja dann die iron bars brauche ich auch noch die mechanical parts können dann hier rein sehr gut und der zementmischer braucht wie lange eine minute wozu setzen ich glaube den setze ich mal hier unten rein hier haben wir soweit alles das ist sehr gut dann haben wir noch mehr glue können wir einmal kurz durchmischen aros habe ich noch aros ja 175 iron arrow hat 25 federn da kann ich damit den mit denen komme ich aber erst noch mal hin ne okay mit denen komme ich erst noch mal hin glaube ich das heißt wir brauchen ja genau zement brauchen wir den fans habe ich 100 aber da weiß ich nicht ob ich damit drum rum kommen einmal um die hütte ganz außen rum ich brauche auf jeden fall noch mehr ähm zement selber aus stone aus cobbelt stone kann ich denn machen ja auch stone aber brauche ich auch noch mehr stone ich habe noch eine hacke spitz wie weit bist du jetzt aber ist er schon sehr gut dann bauen wir den zementmischer mal eben den zementmischer bräuchte ich eigentlich ja das bräuchte ich eigentlich woanders na kommen man den tumor mal eben hier an so da können wir den einmal hinpacken concrete mix crushed sand, small stone und zement also brauchen small stone und crushed sand mhm 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 stone ohne ende und small da habe ich keinen sand mehr tatsache nicht ne warte mal alt, moment, ich hatte hier doch noch ein messer guck mal das kann ich doch noch kombinieren ist das doch auch schon mal wieder weg okay also wir brauchen stone okay meine freunde wir brauchen stone wir brauchen holz wir brauchen sand gut gut jetzt bleibt uns nichts anderes übrig noch mal ein bisschen mehr stein zu holen Sand können wir beim ähm dingsammer holen ich nehme auf jeden fall die hier jetzt mal weil die bringen mir dann dementsprechend auch noch iron und ich hoffe hier kommen jetzt nicht so unglaublich viele hunde noch vorbei das fände ich jetzt nicht so toll guck mal hinten liegen auch noch ein paar wir müssen jetzt noch ein kleines bisschen fahren gehen Leute es ist 14 uhr es ist äh ich würde ganz gerne natürlich auch da hinten zum dings einmal kurz laufen ich weiß zwar nicht wie weit der weg ist um zu gucken ob da vielleicht nicht irgendwie ja der ist gar nicht so weit weg ne quick waypoint guck mal da laufen wir jetzt nochmal eben gleich hin wohnen obwohl beim hundetag ist mir das nicht so geheuer ne wie viel stone habe ich jetzt 408 naja nicht so wirklich geil aber es ist ja nicht so weit weg komm wir wagen das mal eben komm wir wagen das mal eben komm wir wagen ein tänzchen und hoffe dass da keine hunde sind das ist ja nicht so mega weit weg das das muss ja funktionieren auf dem Weg nehme ich noch ein bisschen was mit guck mal der eine Popel kann hier weg ja eben die ressourcensteine mitnehmen und wenn da ein blueprint drin wäre für eine crossbow wäre das mega geil das wäre wirklich mega geil ich würde mich so freuen ich würde mich freuen wie ein schnitzel Tünchen lasse ich mal eben so, wie es ist. Das kann da seine Kreise drehen. Aber den Scheiß will ich hier noch eben mitnehmen. Dann kriegen wir nämlich noch ein bisschen mehr LED. Ein bisschen mehr Stone. Jetzt hat der Kollege mich natürlich gesehen. Oder die Kollegen, hallo? Jungs, ach, wisst ihr was? Ich hau jetzt ab hier. Ihr könnt mich mal gerne haben. Guck mal, hier ist noch ein kleiner Weg. Guck da noch so eine alte an. Wo ist die denn? Ach da, zwischen den Büchern hängt die. Okay. Nö, nö. Ich bin mal weg. Fräulein. Ich gucke noch mal eben kurz hier in den Baumstumpf. Okay, der ist empty. Die kommt mir jetzt auf jeden Fall hinterher. Aber ich glaube, sie braucht nicht so. Sie braucht nicht so lange. Ich glaube, sie braucht ein bisschen länger, wollte ich eigentlich sagen. Warte mal. Da kommt noch so eine Kollegin an, ey. Wollt ihr mich jetzt verkack eiern, oder was? Oh, hier sind auch noch viele Ressourcensteine. Sehr schön. Gut, dann gehen wir mal eben kurz zur Kiste gucken. Ähm, oh. Da, muss sie ja irgendwo sein. Die hängt hier bestimmt... Ah, guck mal hier. Chainsaw Schematic. Read. 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 Naja, nicht jetzt der geilste Scheiß, aber besser als nix. Ich weiß gar nicht, wo die anderen Kisten überhaupt waren, die ich jetzt nicht gesehen habe. Die müssen ja auch noch irgendwo rumstehen. Die sind auch bestimmt hier irgendwo. Achso, für den Sand müsste ich eigentlich auch mal da runter, ne? Bevor ich nach Hause gehe, gehe ich nochmal auf Sand. Habe ich eine Shovel? Nö, habe ich eine Shovel? Doch, habe ich. Gut. Dann erstmal hier nochmal die Ressourcensteine mitnehmen. Können wir nämlich nachher schon mal ein bisschen Concrete Mix machen. Müssen wir nur noch ein bisschen Sand mitnehmen. Clay haben wir ja noch was. Aber Steine brauchen wir halt megamäßig, ne? Und da wir hier so viele schöne Ressourcensteine haben, packe ich die auch mal alle mit ein. Ach, guck mal, da kommt schon wieder jemand. Hallo? Ach, da hinten kommt sie. Ja, guck mal her, Mäuschen. Bis auf Ausflug. Ach, ganz alleine. Tut mir aber leid. Da hatte ich aber jetzt die böse Rübe erwischt, ne? Hm. Das tut mir ganz leid, mein Fräulein. Super, dann können wir dann noch Iron einschmelzen, auch noch. Jetzt kriegen wir durch die Ressourcensteine schön viel. Brauche ich gleich nur noch eben ein bisschen Sand. Und vielleicht noch ein, zwei Bäumchen. Sehr gut. Clay haben wir noch etwas. Und Clay haben wir auch noch ganz viel eingeschmolzen. Supi. Wartet mal kurz. Mal eben ein Zigarettchen anmachen. Oh, ich sehe gerade. Ich müsste mal was trinken. So, okay, du Day. Was haben wir denn hier? Da unten haben wir irgendwo Sand, ne? Können wir mal eben hinflitzen. Dann können wir da noch ein bisschen den Sand holen. Ey, habe ich nicht schon Sand gehabt irgendwie? Habe ich denn nun nicht geschaufelt, oder was ist los? Also, wie viel kann ich denn noch mitnehmen? Ich kann noch ein bisschen was an Sand mitnehmen. Da unten ist es, ne? Da ist auch noch ein Clayfeld mit ganz vielen Steinen. Guck mal, wir gehen mal kurz zum Sand hin. Nehmen aber mal eben hier den Wackeldackel mit. Es geht mir sehr leid, dass ich dir jetzt gerade ins Gehirn geschossen habe, aber ins Gehirn geschissen habe. Oh, da ist auch noch eine Lettader. Von Lett haben wir aber, glaube ich, erstmal genug. Und die können wir immer noch abbauen. Die Lettadern. Aber ich brauche ein bisschen Sand. Gleich. Und auf dem Rückweg können wir uns noch ein paar Bäume holen. Aber erstmal Sand am Start und Stein am Start. Das ist sehr gut. Weil Sand brauchen wir auch, glaube ich, echt einen Arsch voll, ey. Furchtbar. Ich hoffe, es kommen jetzt keine Hunde mehr. Ah, das ist mir jetzt ein Schwein. Ich hoffe, es kommen jetzt keine Hunde mehr. Es ist nämlich Hundetag und ich renne hier wie blöd rum. Das ist natürlich nicht so schlau, ja? Oh, da hinten sind auch noch ganz dicke Steine. So, warte mal kurz. Obwohl, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch noch eben... Ja... So viel kriege ich ja da nicht mehr mit, ne? Hallo, Freundchen. Papier? Small stone. Stone? Zumindest doch mal Hilfe. What the fuck? Lass hier doch bitte mal was Geiles drin sein. Nein, lässt da nicht. Gut, dann bringe ich... Nimm ich mal eben ein bisschen Sand mit. Buddle ich hier einfach mal in der Erde rum. Sollte ja auch ein bisschen Sand herumkommen. Oh, ein bisschen viel Sand sogar. Geil. Ich frage mich, habe ich denn echt noch gar keinen Sand gebuddelt? Das kann doch gar nicht sein. Ich glaube, ich habe doch schon mal Sand gebuddelt. Wo habe ich den denn hingepackt? Habe ich den bei den Fortschüss hingepackt? Und habe das nur nicht mehr gecheckt, oder was? Könnte möglich sein, ne? I don't know. Wie spielt haben wir das jetzt? 18 und 18. 618 Wand. Ist noch nicht so viel. Ansonsten bin ich aber voll, ne? Ich bräuchte ein bisschen mehr Sand. Mehr Sand. Sand vom Meer. 830. So eine kleine Sandbaustelle. Noch kriege ich, glaube ich, alles mit, oder? Ja, 192. Aber jetzt nicht mehr. Was ist mit den Eiern? Was ich mal, glaube ich, wegschmeißen kann gerade. Scrap. Das mache ich mal eben. Das sind die Splints. Die kann ich mir nach... Ihr kleinen Wichs... Ich rüffel. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Da kommt der Nächste. Und noch einer. Na, komm. Yes. Jo. Und da ist die Rue rüber. Okay, dann müssen wir dann wieder hin. Können wir da heute Abend noch hin? Kriegen wir das noch hin? Oder gehen wir am nächsten Morgen dahin? Das sind jetzt natürlich alle meine geilen Sachen, ne? 31 Minuten. Ich glaube, ich werde mir mal am Morgen... Ne, ich glaube, ich werde da jetzt nicht mehr hinrennen. Komm, kriegst du das hin, oder was? Ja. Ich habe natürlich alle geilen Sachen hier. Das ist sehr gut. Ähm, das heißt, ich kann jetzt erstmal... Hier kurz hingehen. Äh, Concrete Mix. Crushed Sensor, Small Stone und Zement. Machen wir erstmal hier. Den ganzen Scheiß. Den Mario Stone, ne? Warte mal, ich baue mal eben kurz hier die Eier ein. Ich baue mal eben hier die Eier ein. So, dann das. Ähm, die Federn. Das Paper. Das Barrel kommt mal eben kurz hier hin. Ähm, das Led. Okay, dann bräuchte ich einmal kurz was Waffenmäßiges. Äh, ein Wooden Bow. Und Iron Arrows. Federn, Iron Arrowhead und Wood. Steel Arrow. Nee, Steel Arrow, jetzt habe ich... Warte mal. Äh, Federn. Iron Arrowhead. Arrow. Machen wir uns nochmal. 50 für auf den Weg nachher. Ja, ist ja mega geil, oder? Hat ja wieder super funktioniert hier. Mit meinem Plan. Dann können die Sachen hier wieder rein. Muss ich gleich noch einmal meinen Scheiß wiederholen. Aber jetzt um 20.08 Uhr werde ich den Teufel tun und rausgehen. 117 Concrete Mix. Okay, das ist schon mal eine Hausnummer. Crushed Sand brauche ich immer noch. Zement brauche ich auch immer noch. Zement mache ich ja im... Dings. Und Zement mache ich aus Stone, ne? Warte mal schnell. Ich mache mal eben hier ein bisschen Zement. Ich mache mal Tür zu. Zementstone. Habe ich hier auch noch drin. 500. 750. Craft. Habe ich hier oben noch Lamp of Clay drin. Ja. Ich kann hier auch nochmal Clay rein. 28 Minuten. Obwohl, dann geht hier lieber der Iron rein. Jo. Und hier kommt eigentlich dann das Led rein. Ja. 20 Minuten. Gut, dann tanken wir den nochmal da oben hin. Ähm, was haben wir jetzt hier? Zement 200. Wie spät haben wir? 20,51. Oh, Sau. Hallo. Und ich nehme mich noch mit. Ich hoffe, da kommen jetzt keine Hunde. Okay, morgen brauchen wir Holz. Wenn die Sau hier schon so freiwillig stirbt, dann nehmen wir die natürlich auch mit, ja? Das ist ja wohl mal ganz klar. Ähm. Rotten Flash, das. Die Bones hier rein. Animal Hide hier rein. Sehr gut. Concrete Mix, Small Stone, Zement habe ich und Crushed Sand habe ich aber nicht mehr. Den Crushed Sand kann ich aber aus dem Dings machen, ne? Okay, gut. Meine Lieben, ich glaube, wir haben jetzt 37 Minuten voll. Ich glaube, ich mache jetzt mal hier ein kleines Päuschen, wenn wir zur Nacht kommen. Ich werde mich noch mal kurz voll essen und voll trinken. Weil mal die können, ähm, voll essen und voll trinken. Essen mal noch mal ein paar Eier. Am nächsten Morgen muss ich meinen Sack erstmal wiederholen. Die Schweine backen. Haben mich ja hier geplättet, ey. Haben mich hier geplättet, die Schweine. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die am nächsten Tag noch da sind. Okay, was wir brauchen ist, ähm, genau, den Zement brauchen wir weiterhin. Denn wir haben dann nämlich Tag 20 am nächsten Tag. Und, ähm, ja, das, äh, die Fire Eggs, die Garden Hood, die Shovel, das habe ich alles da hinten liegen lassen. Guck mal eben auf die Karte. Da ist mein Latest Death, ne? Da unten. Okay. Dann laufe ich nämlich einfach nur hier einmal die Straße runter und dann bin ich auch schon wieder da. Super. Was haben wir denn hier noch? Ähm, die Bullets. Iron. Dann war das gemacht. Okay, gut. Dann werde ich jetzt mal hier kurz eine Pause machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Macht es gut. Bis bald. Ciao.